dante scheiße hier nur mach jetzt ein hammer hallo und herzlich willkommen zu einer neuen runde der zeit wir müssten auf einen anderen server ausweichen der letzte hat was ist denn jetzt ich bin auch gerade am anmoderieren da läuft irgendein anderer rum hat da hinten gegner guckt ja wissen müssen auf anderen server ausweichen bisschen blöd müssen wir uns auch die dumme wieder herbeiholen kein thema machen wir wir halten uns jetzt erst mal hier das gebäude und das sind immer da drüben kämpfen ja dann gucken wir mal was wir finden so hier kommen ein kollege ist nicht hier nägel nehmen wir mal mit erst mal so ist besser aber hier f mit nehmen wir auch mit und die knifft auf der 2 das messer eins so geladen hat er ein paar schuss haben wir auch es ist hier irgendwas so machen sehen wir da auch was sagt nein und das ist draht momentan brauchen wir es noch nicht wir müssen uns ja jetzt wieder eine bude aufbauen jagdhose die hat wie viel plätze vier und die hat zwei muss man das erst mal hinschmeißen die können wir doch fallen lassen die ziehen wir an was mache ich dann so rum ein paar plätze für gegenstände wieso dann die will ich doch gar nicht das will ich doch aber die zu stoff machen reisen dann nehmen wir das da auch gleich mit daraus können wir uns doch auch wie war das ist ja noch auf mich also jetzt erschrocken das ist eine trainingshose wir haben die jagdhose ich gerade mal gucken wie war denn das zu mir macht dich weg ich will alleine rumhütteln guck die hohen guck was los ist noch einer da hinten leute lass mich in ruhe dann ist alleine und laufen da unten hin so ich habe noch was los hier gerade auf der karte schon geht es wieder ab weißt du was das für zwei also für zwei club ist es ich sage manchmal also für zwei typen so schüsse haben auch kaum noch wie sieht es denn aus mit der drei immerhin und immer die erstmals in der hand am buch hier und dann haben wir mal gucken dass die nächste lichter dich doch was soll warum jetzt nicht nägel brauche jetzt auch nicht jetzt hoch ja 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 so ist das die bohren war nisch war es ist nix so weiter jetzt schön am see das dahin wo ist dann hast du hier so einen hafen dingen oder wurde mit gelöscht werden die ware also entladen werden batterie bau jetzt jetzt schienzjagel kann die mehr wie meine zwei vier ja gar nicht mehr schluss sagt nicht hier ist das die es ist eine andere es kann das macht die mal kurz hier hin die dahin also abgesägt das messerchen brauche ich nicht hallo die hier ob die besser ist hätte ich nicht machen wir nehmen die hier aus mammons stoff den nehmen wir uns mit es ist es dann wunderbar was ich hier nägel der munition eingesackt vielleicht mal gucken ob die taugung für die war so ganz gut glaube ich aber hier die nehmen wir damit mensch die monster an also schon angezogen sieht es dann aus wir sind auf der karte sind wir dann überhaupt da wird jetzt dahin rennen wir laufen hier zu diesem ort also über dem wasser entlang kommen ja da hinten zu diesem container kram denke ich aber ich wollte da eben wissen crafty was doch medizin und wir haben jetzt zwar nur diese ein biester hier aber besser wie nix ne so wie waren das noch mal ich habe das jetzt zwei wochen gespielt war schon immer wie es geht ist recht armselig und benzin haben wir nicht hier wollen lassen ein lappen verband haben gibt es das nicht mehr es geht doch letztes mal stehe rieder gaben sträder gaben sträder gaben das können wir glauben wir sagen jetzt mal funktioniert noch anscheinend geht das nicht mehr da ob egal dann wird dann ein bisschen fusel finden oder so ein zeug ist das was ja ja aber wo sieht man hier netten schiff oder so oder hinten alle welche hafenanlage da ist denn hier ein meer oder was wahrscheinlich hier wenn ich auf der karte noch ein jaja klar dann ist wahrscheinlich hier so seine hafenregion gut zu wissen so my friend ja dreh dich zur seite wichtig dass da haben was auch was raus nehmen wir mal die anderen land ist irgendwie durch die schüsse irgendwie habe ich ein besseres gefühl weil wir munition haben das wasser auch hier im wasser gibt es ja nicht so gibt es ja haie oder so was weiß man das falls es einer weiß bitte einmal kurz eine kleine info unten und aufs video schreiben ob es da irgendwie gefährlichere tiere gibt es haupt gibt es überhaupt tiere ich müsste lügen ich wüsste es jetzt nicht und falls ja gibt es auch haie oder sowas im wasser hier hinten alle alte lagerhallen sieht schon cool aus hier vor kopf so schwimmt auch wieder ach kenn es trinken müssen wir finden essen müssen wir finden auf jeden fall wichtig wichtig eine mission verfügbar mission war jetzt aber gerade nicht und erst mal gucken was es hier so gibt ne schon mal hier sind so nämlich von hier gar nicht anders auf das genennte oder was wie das wasser kann man doch bestimmt gehen komm jung schaffst du ja noch ins eck rum ist schon da oben aber irgendwie scheint es nicht dass ich keine treppe gibt aber wir kommen ja hierher ne so zack siste und dann ist aber auch gut getroffen wird das bändchen darum alter was hast du was hast du denn nix ein karen ist irgendwas zu finden eine pistole ist doch gleich mit das türchen ist das elektronische teile das brauchen wir noch nicht bis wir uns auf die hütte aufbauen dauert es noch einen moment jude holzt alle herbei das dahin so nah an der zweck renn weißt du hier die leute arbeit die gegner und dann sich schnell verpissen kommen weg hier 44 oder noch alle 45 leben flinke füße hin läuft auch einer rum und hier das kann nicht wahr sein alter er was nach gibt es denn das ganze scheiße hier nur mach jetzt reale kam hier ein hammer nach lang 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 hat man hat alter alter aber kirmis nix du nix so gar nicht irgendwas drinnen ist staubsauger nehmen uns mit ja das war schön durch sauer und wichtig so was gibt es hier und zeigte meine die gegenstände an die am boden nicht weil hier nicht da was zeige es mir neben bretter irgendwo was nix irgendwas zu fressen finden und was zu heilen was ich denn da aufziehen könnte man dieser schutz wahrscheinlich nicht ihr tauschen und du da drauf hallo immer am hafen ein helm tragen ist anweisungen vom chef jetzt schon wieder los ich laufe hier rum werde als beschossen und wurde jetzt schon wieder hast du die waffen kreuz überlegen hallo ist das messer aus das kann doch nicht die möglichkeit sein ein bisschen rumtänseln ziel schießt noch einer auf uns vielleicht zwei von der sorte sind sie dann hier geht's ab gleich noch mal weg da ist immer geschichte leute kommen sie noch zu hier hat man schnell nach er war nichts um uns zu heilen da hinten laufen die rum oh 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 wir brauchen unbedingt fußel oder sowas das ist verbrechen alter junge stück jeder hier in der ecke die überhaupt nicht gerechnet wir haben auch keine schuss mehr nix mehr bin doch mal die andere wieder nicht die oh gott oh gott krieg mal einen arsch gewaschen die runde sag ich euch mein ist der denn nix die anderen zwei kasper körper da haben wahrscheinlich schon alles geholt die meine güte kommen müssen gucken dass wir was finden uns zu heilen nichts da haben wir alles mitgenommen was hier batterie nix mann 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 das erste bomber jacke kann die mehr wie ich wir hier und dixi da könnte was liegen aber diesmal nicht und die zwei schon da ist schon weggelootet hier drei sind sogar stadt das verspricht ist auch da das ist der hauptsache dann läuft auch noch einer rum zwei sogar elektronische teil da brauche ich jetzt gerade mann ich brauche irgendwas um uns zu heilen dann komme ich nicht rein wenn ich das zu machen machen mal auf sie was drin anscheinend nicht hier gibt gar nichts gut dann ohne jetzt wir brauchen dass sie brauchen unbedingt irgendwas um uns zu heilen acht prozent leben nur noch essen haben bau nix der schießt dann jetzt schon auf mich mein gott das wir mal frieden ich weiß nicht von wo es kommt ich habe das ganze sagen aber ich habe alles dass möglichkeit haben rein irgendwo haus hier oder so da auch noch zufällig wieder einer steht hier kann es zu machen ja noch zu mann 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 hier gibt es hier irgendwas ich brauche irgendwas um mich zu heilen das gibt es doch gar nicht das verstehe ich das taschen haben muss doch hier mensch lappen geben materialien das ist er bringt mir nix medizin ausrüstung vielleicht fusel oder wort und zweist müssen wir jetzt finden hier aber da ich davon ausgeht dass hier die kürmestruppe ja links rum und schon das ganze zeug weg geholt hat werden wir wohl nicht dafür finden da schießt ihr mal da draußen aber auch schon hässliche tapeten hier an der wand echt das bringt uns nichts zunge dran halten die da steht da irgendwas nicht das mitnehmen anscheinend nicht hier war ja wohl auch nicht so erfolgreich zehn haben wir jetzt gerade es tickt zu langsam nach oben als das war nur irgendwie ich sag mal ja was reisen könnten ein schuss gezielt gestürzt durchsuchen nix ich dauer einer tot muss ja irgendwo zu finden sein es gibt zwar nicht mehr ein mal hier rein geht nicht wir haben echte cover auf hier mann 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 junge 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 hier hinten irgendwo rein können was sind das hier für garagen aber hier ist doch schon alles weg genutzt hat menschen seid glöd wenn die leute alle hier gleich an dasselben ecke sind und man jetzt irgendwas dringendes brauchen kann mich noch vor ein paar runden erinnern so immer ach die wort gab oder den futter da was da finden kannst brauchst du nicht brauchst du nicht und jetzt brauche ich aber sei dort dämlich irgendwie dass man bei dem einen wie heißt bei dem ein server auf einmal passwort brauche also brauchte ich damals nicht das jetzt ist ein öffentlicher server und ich denke dass das dann auch so bleibt das andere war wie sich dann ob der private war am anfang der war nicht privat da bin ich mir sicher ich bin einfach drauf gegangen ohne ohne probleme auf einmal wie sieht es aus dem passwort naja das hier könnte auch können drin sein morgen hier noch was hier finden sie nichts mehr im auto auch nix und wir gehen mal hoch jetzt hängte geht nicht irgendwo reingehen oder wo das ist einfach nur eine treppe durch die zeit zu vertreiben das ist einfach nur ein bisschen flott machte ich hier hin dass sie mal da unten kämpfen hier dran vorbei da stehen wir drinnen da waren wir da draußen und was haben wir gefunden nix sei da hinten warum ist da eine hütte gebaut oder was dann hier geschossen hat da bestimmt wieder einer auf mich abgesehen und wir gucken mal was da los ist gar kein wodka finden und typisch dass wir öffnen wir mal kann ich das mitnehmen im 40er geht nicht verblenden wir mal unserer zeit und jetzt geht einfach nicht und hier zu arbeiten hingerafft pistole und jeans vier plätze zu vier plätzen überall könnte einer lauern haben wir ja vorhin gesehen jetzt in die bude rein da schwuppdi wupp steht da einer so kein wodka das ist doch nicht normal ist doch nicht aus so was steht hier was rum ich dachte hier stehen die manchmal ja auch so draußen paar fläschchen aber nix nix da die arbeiter hier haben wohl nicht gerne getrunken doch was machst du dann soll er hier eine tasche die nehmen wir ja und können wir die nicht ausrüsten kann man das auch noch sagen aufnehmen schiff geht nicht ziehen kann man nicht nehmen dann lassen wir sie da liegen jetzt ja da sind wir einfach mal schön rausgekickt in dem sinne sache ich finde das wirst du sehen wo wir sehen sie noch nächsten und bis dahin und tschüss